Ich wünsche allen einen schönen guten Morgen, ganz herzlichen Dank, dass Sie alle ins Audimax gekommen sind zum, man kann sagen, ersten landesweiten Aktionstag, den je alle neuen Landesuniversitäten, wenn sie etwas zum Ausdruck bringen wollen, hinbekommen haben. Das ist schon erstaunlich, dass wir ein Dreivierteljahr als Mitglieder der Landesrektorenkonferenz, also neuen Rektoren mit der Landesregierung über den Solidarpakt, über die Finanzierung der Universitäten von 2015 bis 2020 diskutieren und ein Dreivierteljahr begründen, saubere Analyse der Zahlen, der Situation seit Beginn des Solidarpakts 1997. Ich erkläre auch gleich, was das genau ist. In einem Dreivierteljahr haben wir so gut wie gar nicht Gehör gefunden. Wir wurden zwar gehört, aber nicht erhört und wir haben dann halt vor zwei Wochen beschlossen, es braucht einen landesweiten Aktionstag, zeitgleich an allen neuen Landesuniversitäten um 10 Uhr ein Infotag, wo keine Lehre und keine Forschung stattfindet, sondern die Diskussion über unsere Grundfinanzierung in den nächsten Jahren. Das heißt, aus den neuen Stimmen der Landesrektoren sind jetzt summa summarum über 100.000 Stimmen geworden, weil es findet heute in Konstanz und an allen anderen acht Standorten zeitgleich statt. Und das hat auch im Vorfeld schon sehr viel bewirkt und ich bin dankbar, heute mal die Zahlen der letzten mehr als 15 Jahre Solidarpakt vorzustellen und dann auch Schlussfolgerungen daraus zu ziehen, damit wir in Zukunft alle eine Diskussionsgrundlage haben. Also der 21. Mai 2014, hoffe ich, geht ein in die Landesuniversitätsgeschichte, dass sich da wirklich alle einig sind, in eine Richtung marschieren. Die Grundfinanzierung der Landesuniversitäten ist wirklich nicht mehr ausreichend für das, was wir leisten müssen. Ich möchte anfangen, was ist eigentlich der Solidarpakt? Der Solidarpakt ist eine Vereinbarung zwischen der Landesregierung und den neuen Landesuniversitäten über den Grundhaushalt zum Betrieb der Universitäten, um Forschung und Lehre an den Landesuniversitäten sicherzustellen. Und 1997 hatte man sich zum ersten Mal zusammengesetzt und überlegt, wie sichern wir die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre. Und das war alles andere als solidarisch. Der Solidarpakt ist vieles, aber nicht solidarisch. Was dort vereinbart wurde, war, gut, wir sagen einen fixen, konstanten Landesetat in den nächsten Jahren zu und dafür kürzen wir nichts. Aber grundsätzlich frieren wir damit den Etat ein. Und man muss sich durch den Kopf gehen lassen, seit 1997 ist der Etat der Landesuniversitäten nicht mehr angepasst worden. Kein Inflationsausgleich, keine Reaktion auf zum Beispiel Mehrwertsteuererhöhung, auf Teuerung, auf die Entwicklung der Energie- und Bewirtschaftungskosten unserer Einrichtung. Das heißt, wir haben eigentlich einen Verlust von 23 bis 25 Prozent seit 1997 hinnehmen müssen. Was erhöht wurde, waren natürlich immer die Gehälter. Die werden auch nicht der Universität überwiesen, sondern die werden im Land zentral dann überwiesen. Und die Verhandlungen der Tarifparteien, die finden natürlich Einzug. Aber das ist nicht der Etat, über den wir heute sprechen wollen. Und dieser Solidarpakt wurde dann Mitte des letzten Jahrzehnts nochmal verlängert. Das ist dann der Solidarpakt 2. Von 1997, 1998 an wirkte der Solidarpakt 1. Und primär war das Spiel dasselbe. Keine Erhöhung des Etats, dafür nehmen wir aber auch in den nächsten sieben Jahren nichts weg. Und das geht jetzt seit anderthalb Jahrzehnten so. Und man muss jetzt feststellen, wir stehen mit dem Rücken wirklich zur Wand. Wir können unsere Aufgaben, wenn es nochmal zu einem solchen Solidarpakt kommt, Solidarpakt 3, 2015 bis 2020, einfach so nicht weitermachen. Dann müssten wir wirklich grundsätzlich überlegen, sparen wir weiter mit der Gießkanne oder einigen wir uns, dass wir bestimmte Angebote an den Landesuniversitäten streichen müssen. Und wir haben halt wir, die Landesrektorenkonferenz, in den letzten neun Monaten sehr genau die Zahlen analysiert und daraus Forderungen formuliert und man kann einfach feststellen, wir wurden vor dem Finanzministerium nicht erhöht. In den letzten Monaten konnten wir unsere Ministerin, Frau Ministerin Bauer, auch in der Öffentlichkeit hören, dass sie sagt, ich erkenne die Forderungen der Universitäten an, wir müssen wirklich in der Grundfinanzierung etwas tun. Aber auch sie wurde dann seitens des Finanzministeriums nicht wirklich gehört und unsere Forderungen prallten eigentlich immer ab, im Sinne Weihnachtswunschliste, das Blaue vom Himmel herunter und so weiter. Und deswegen jetzt die zentralen Veranstaltungen, um wirklich mal öffentlich zum Ausdruck zu bringen, wir müssen jetzt hier zusammen nach vorne marschieren und einfordern, dass es ab 2015 so nicht weitergeht. Soviel also zum Solidarpakt. Ich höre oft in den Diskussionen, die ich in den letzten Monaten geführt habe, wo auch immer, dass die Begriffe, wenn wir über Finanzierung der Hochschulen, der Universitäten sprechen, dass die Begrifflichkeit nicht klar ist. Erstmittel oder Haushaltsmittel, Zweitmittel, Drittmittel. Die müssen wir wirklich unterscheiden und ich möchte ganz kurz einführen, was sind eigentlich diese Mittel? Erstmittel, der Landesetat, den wir jedes Jahr zum Grundbetrieb der Universität, zum Grundbetrieb von Forschung und Lehre erhalten, das sind Erstmittel, die bekommen wir vom Land Baden-Württemberg. Das sind für uns zwischen 75 und 80 Millionen Euro inklusive der Personalkosten. Und darüber geht der Solidarpakt, über die Erstmittel vom Land Baden-Württemberg zum Grundbetrieb der Universität. Und darüber streiten wir uns jetzt sozusagen, wie die 2015 bis 2020 aussehen. Dann gibt es noch Zweitmittel, das ist ein relativ junger Begriff, zum Beispiel der Ausbau der Universitäten in Reaktion auf den doppelten Abiturjahrgang 2012 oder der Ausbau der Masterstudienplätze 2016. Das sind sogenannte Zweitmittel. Die werden uns auf Antrag auch von der Landesregierung zur Verfügung gestellt, aber typischerweise zeitlich befristet. Die sind nicht sicher im Staatshaushaltsplan eingebettet, im Haushalt der Universität eingebettet, sondern diese Mittel kann man auch verlieren und genauso verhält es sich mit den Kompensationsmitteln für die Studiengebühren, die Qualitätssicherungsmittel. Auch diese Mittel sind Zweitmittel, die der Universität mit relativ einfachen Beschlüssen auch genommen werden kann. Und diese Zweitmittel, wenn ich es etwas lax ausdrücke, sind schon eine Seuche. Wir haben erhöhte Studierendenzahlen, ich werde das auch gleich beleuchten. Und wenn wir gute Lehre anbieten müssen, dann müssen wir auch gute Leute einstellen können, die diese Lehre anbieten für die erhöhten Studierendenzahlen. Und gute Leute kriegen wir nur, wenn wir auch gute Verträge anbieten. Und gerade die 2016 Mittel und die Qualitätssicherungsmittel, da sind wir eigentlich verpflichtet, immer nur befristet Leute einzustellen. Das ist ein Widerspruch in sich. Wenn man sich den Verlauf, der erwartete Verlauf der Studierendenzahlen bis 2025 und weiter anschaut, dann haben wir eher ein Plateau an sehr hohen Zahlen und die können wir nicht mit zwei Jahresverträgen im Bereich der Lehre abarbeiten. Drittmittel. Drittmittel davon, letztendlich lebt die Universität zur Zeit und mit den Drittmitteln halten wir den Laden unter Dampf noch. Das sind Mittel von ganz unterschiedlicher Richtungen. Das sind zum Beispiel Bundesmittel, die werden verteilt über die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder über das Bundesministerium für Forschung und Technologie. Drittmittel sind auch EU-Mittel oder Mittel von Kooperationspartnern direkt aus der Wirtschaft oder aus der Industrie kommen. Aber bei den Drittmitteln muss man aufpassen. Es gibt das Kooperationsverbot. Man liest es auch zur Zeit viel in den Zeitungen. Es wird gefordert, das Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern muss fallen. Dahinter steckt, dass es verbrieft ist, dass der Bund für Lehre und Ausbildung und Hochschulbau kein Geld zur Verfügung stellen darf. Das ist Landeshoheit. Die Länder müssen also den Grundbetrieb der Universitäten inklusive der Immobilie sicherstellen. Und Bundesmittel, die sind für Forschungsaufgaben oder für Sonderaufgaben, wie zum Beispiel, das ist dann im Hochschulpakt auch verbrieft, Sonderaufgaben. Wenn jetzt ein doppelter Abiturjahrgang kommt, dann darf in diesem Sonderfall auch im Zweifel der Bund helfen. Aber über das Kooperationsverbot ist geregelt, dass Bundesmittel grundsätzlich nicht Lehre und Hochschulbau finanzieren dürfen. Auch diese Pakte, Hochschulpakt und Qualitätspakt Lehre, Pakt für Innovation und Forschung, all diese Bundesprogramme laufen in den nächsten Jahren auch aus. Und darüber muss man sich auch jetzt unterhalten, dass das auch weitergeführt wird. Sonst sind die Universitäten, sonst ist die Forschungslandschaft in Deutschland wirklich in Gefahr. Gut, warum ein landesweiter Aktionstag? Das habe ich eben schon begründet. Wir müssen jetzt wirklich von der Landesregierung, von der Landespolitik erhört werden, dass wir so nicht weitermachen können. Und die ersten Reaktionen sind schon sehr, sehr positiv. Also die Presse ist heute gut vertreten in unserem Audimax, ebenso in allen anderen Landesuniversitäten. Und seit Tagen wird darüber berichtet, auch heute Morgen im SWR wurde schon ausgerufen, dass heute ab 10 Uhr an den Landesuniversitäten Stillstand herrscht. Gut, zum Land Baden-Württemberg. Ich habe jetzt Begrifflichkeiten definiert. Und hier ist eine ganz saubere Analyse des Gesamtzuschusses vom MWK, vom Ministerium für Wissenschaft und Kunst und die Drittmitteleinnahmen, der Verlauf von Gesamtzuschuss und Drittmitteleinnahmen der Landesuniversitäten seit 1997, 1998. Und in blau sieht man den Grundetat der Universitäten, jetzt bezogen auf 1998. Das haben wir als 100 Prozent definiert. Und man sieht da einen ganz seichten Zuwachs, die blaue Linie. Das ist mehr oder weniger bedingt durch die Lohnzuwächse in den letzten 15 Jahren. Der ist hier mit berücksichtigt worden. Und die leichte Erhöhung dann 2011, 2012. Da stecken Ausbauprogramme wie 2012, 2016 Qualitätssicherungsmittel mit drin. Und wenn man dann den Verlauf der Drittmittel, der eingeworbenen Drittmittel an den Landesuniversitäten anschaut, dann haben wir hier eine Steigerung über die gleiche Zeitspanne von weit über 200 Prozent. Im letzten Jahr haben die Landesuniversitäten 1,05 Milliarden Euro Drittmittel eingeworben. Und viele dieser Drittmittel sind versehen mit einem Overhead von 20 Prozent. Diesen Overhead können die Universitäten flexibel einsetzen und wir brauchen diesen Overhead mittlerweile, um überhaupt das Grundfunktionieren der Universitäten sicherzustellen. Aber dafür sind diese Mittel eigentlich gar nicht gedacht. Die nächsten Zahlen sind auch sehr beeindruckend, je nachdem, wie man es interpretieren möchte. Man könnte sagen, ja, die Universitäten sind unterfinanziert. Der Landesetail ist zu gering für die Aufgaben, die die Universitäten übernehmen müssen. Man könnte natürlich auch, wenn ich einen Schritt zurückgehe, sagen, die Landesuniversitäten sind hoch leistungsfähig und effizient im Einwerben von sehr kompetitiven Forschungsdrittmitteln auf Bundes- und EU-Ebene und mit direkten Partnern. Also je nachdem, wie man das beleuchten möchte. Aber wir sehen gleich, dass da etwas aus dem Ruder läuft. Hier der Verlauf des wissenschaftlichen Personals aus Landesstellen und aus Drittmitteln finanziert an den Landesuniversitäten. In Blau, das sind die über den Landesetat finanzierten Mitarbeiter im wissenschaftlichen Dienst. Das ist also seit 1997, 1998 ein Plateau. Wegen dem Solidarpakt hat sich da überhaupt gar nichts getan. Und in Rot, das sind die drittmittelfinanzierten wissenschaftlichen Mitarbeiter, an den Landesuniversitäten. Und hier sieht man, dass wir in den letzten anderthalb Jahrzehnten die Zahl weit mehr als verdoppelt haben und ich zeige nachher auch die Daten, die dann zur Uni Konstanz gehören. Da ist das Verhältnis noch krasser. Das heißt, hier können wir feststellen, dass dank der vielen Forschungsanträge, die die Kolleginnen und Kollegen an der Universität schreiben, dank des eingeworbenen Overheads überhaupt die Universität noch funktioniert. Weil jeder wissenschaftliche Mitarbeiter, so gut wie jeder, ob Drittmittel finanziert oder über den Landesetat finanziert, beteiligt sich in der Lehre. Das heißt, Drittmittelprojekte sind, und das möchte ich wirklich ganz deutlich zum Ausdruck bringen, sind nicht schädlich für die Lehre, sondern wir finanzieren teilweise das Funktionieren des Bereichs Lehre der Universitäten über drittmittelfinanzierte wissenschaftliche Mitarbeiter. Das muss man feststellen und anerkennen und das kursiert in der Öffentlichkeit auch unter dem Begriff graue Lehre. Graue Lehre, weil hier Leute, die sich qualifizieren, Doktoranden, Postdoktoranden, wissenschaftliche Mitarbeiter sich in der Lehre beteiligen, obwohl das im Grunde genommen anders gedacht ist. Auf der nächsten Folie sehen wir jetzt den Gesamtlandeszuschuss, den uns das Land Baden-Württemberg pro Studierenden zur Verfügung stellt. Wieder bezogen auf das Jahr 1998. In Rot die Entwicklung der Studierendenzahlen in Baden-Württemberg. Also wir haben in den letzten 15 Jahren einen sehr, sehr starken Zuwachs an Studierenden an den Landesuniversitäten zu verzeichnen. Und dann in Grün das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, welche Werte werden denn so geschaffen und bewegt, ein starker Zuwachs. In Blau eben schon gezeigt der Gesamtzuschuss vom MWK zum Grundbetrieb der Universitäten. Und dann teilt man rot durch blau und dann bekommt man eine Zahl, wie viel Geld bezahlt das Land Baden-Württemberg pro Studierenden an den Landesuniversitäten. Und hier sieht man ganz klar, dass wir bald 20 Prozent der Mittel verloren haben pro Studierenden, den wir hier an der Universität ausbilden. Hier heißt es jetzt immer an den neuen Landesuniversitäten. Das heißt, die Wertschätzung, sprich geht unsere Finanzierung parallel zum Bruttoinlandsprodukt im Land, das heißt der Bereich Bildung, Forschung und Lehre, Universitäten, haben eine ähnliche Wertschätzung wie 1998, ist ja eindeutig widerlegt. Das Geld, das investiert wird zur Ausbildung der jungen Leute, ist wirklich signifikant reduziert. Jetzt weiche ich vom klaren Vortrag den Folien folgend kurz ab. Wir trafen uns, wir, die neuen Landesrektoren, am letzten Donnerstag im MWK zur Ministerdienstbesprechung mit Frau Bauer. Und wir haben dort gesagt, in wenigen Stunden findet die erste zentrale Pressekonferenz zur Vorbereitung des heutigen Tages statt. Und wir haben nochmal unsere Forderungen unterstrichen und klar gesagt, wir werden jetzt sehr öffentlich, weil wir Sie und Ihre Forderungen und Vorstellungen unterstützen wollen. Und ich persönlich war noch nicht mal aus Stuttgart zurück. Da war schon die erste Pressemeldteilung raus, dass Ministerin Bauer und Minister Schmidt übereingekommen sind, dass der Hochschuletat, der Universitätsetat der Landesuniversitäten signifikant erhöht werden muss. Also man sieht sehr schnell, dass Politik ganz einfach funktioniert. Es müssen nur einfach mehr Stimmen sich an der Diskussion beteiligen. In der Pressemitteilung stand auch, und jetzt komme ich wieder zurück zu dieser Folie, die ich jetzt zeige, die Abschätzung, wie viel Geld brauchen denn die Landesuniversitäten, um ihren Grundauftrag zu erfüllen, fußt natürlich auf Prognosen der Kultusministerkonferenz, in kurz KMK. Dort wird alle paar Jahre abgeschätzt, wie viele Erstsemesterstudienplätze brauchen wir denn in Deutschland und wie viel in Baden-Württemberg. Und diese Prognose 2005 für 2014, also für heute war, wir haben 52.000 Erstsemesterplätze zu erwarten oder zur Verfügung zu stellen. 2014, heute real, haben wir 78.000 Erstsemester an den Universitäten. Das heißt, da klafft eine Lücke von 20.000 Erstsemesterplätzen, die finanziert werden müssen. Und das war eine Fehlprognose schon in den 90er Jahren und dann auch zum Abschluss des zweiten Solidarpakts. Was kommt auf die Universitäten zu? Das Bildungsverhalten der Abiturienten hat sich geändert. Wir kriegen im Moment deutlich mehr junge Leute an den Universitäten, als es damals die KMK wahrhaben wollte. Und auf der Basis dieser Zahlen wurde damals der Solidarpakt geschlossen. Und die Zahlen von 2005 wurden dann 2009 und 2012 korrigiert. Und jetzt schauen wir uns mal an. 2020, die Zahlen, die jetzt erwartet werden von der Kultusministerkonferenz, sind 72.000. Das heißt, die demografische Rendite, die die Finanzminister einfahren wollten, die Abiturjahrgänge werden irgendwann schwächer oder die Zahl der jungen Menschen in Deutschland wird weniger. Das heißt, jetzt die Universitäten richtig ausstatten. Das brauchen wir gar nicht. Wir tunneln durch. Wir tunneln aber schon seit Jahrzehnten durch, weil die Zahlen immer deutlich höher waren als erwartet. Das heißt, der Solidarpakt, der 1998 und 2005 ausgehandelt wurde, beruhte auf völlig falschen Annahmen. Das müssen wir jetzt niemand zum Vorwurf machen. Aber da sollten wir jetzt als Grund nehmen, den nächsten Solidarpakt bis 2020 auf der Basis von realen Zahlen dann auch abzuschließen. Jetzt zur Universität Konstanz. Was sind denn unsere Zahlen an der Universität? Und hier zeige ich jetzt die Auslastung unserer Studiengänge. Und die Zahl unten rechts, ich habe das aufgeteilt, aufgelöst nach den Fachbereichen für das Wintersemester 13, 14. Aber ohne jetzt durch die Fachbereiche gehen zu wollen, die Gesamtauslastung der Universität Konstanz ist über 130 Prozent. Das heißt, wir fahren, eigentlich kannibalisieren wir uns gerade selber. Wir fahren eine sehr große Überlast. Und das ist natürlich ein Punkt, den ich, wenn der Solidarpakt ausfällt wie die früheren, dann können wir auch diese Auslastung nicht mehr fahren, weil diese wirklich nicht finanziert sind. Also wir haben locker 2500 Studierende mehr an der Universität Konstanz, als eigentlich vom Land wir finanziert sind. Das muss man zur Kenntnis nehmen und ich kann hier nochmal an alle einen Dank ausdrücken, die im Bereich Lehre engagiert sind, alle Kolleginnen und Kollegen, dass das irgendwie immer noch gut funktioniert und dass wir in den Umfragen, ob jetzt bundesweit oder europaweit, wir immer noch sehr gute Noten bekommen. Das liegt natürlich daran, den anderen Unis geht es in Baden-Württemberg nicht viel besser. Aber trotzdem, die Auslastung ist schon dramatisch und ich meine jetzt damit nicht nur Seminargrößen und die Betreuung der einzelnen Studierenden, sondern auch die Immobilie, Uni Konstanz als sich, die Seminarräume. Wir haben nicht mehr genug Seminarräume, um vernünftig Lehre anbieten zu können. Uns fehlen größere Hörsäle und so weiter. Also 130 Prozent ist wirklich eine signifikant zu hohe Auslastung und ich bin dankbar, dass wir das irgendwie immer noch hinbekommen, auch in Respekt vor dem doppelten Abiturjahrgang, der 2012 auf uns zukam. Die können ja nur am allerwenigsten dafür, dass wir hier unterfinanziert sind, der doppelte Abiturjahrgang, Jahr davor in Bayern, Streichen der Wehrpflicht, hat dazu beigetragen. Hier die Entwicklung der Studierendenzahlen an der Universität Konstanz über den Zeitverlauf der beiden Solidarpakte von 97 an nach 2013. Sie sehen, die Tendenz ist ganz klar, es wird immer mehr und gerade in den letzten Jahren oder in diesem Wintersemester mit 11.772 Studierenden, das ist historischer Höchststand und zumindest der Gradient kann so nicht weitergehen. Das schaffen wir nicht, bei gleichzeitigem Halt von guter Lehre. Hier die Zahlen Erstmittel versus Drittmittel an der Universität Konstanz und hier sieht man halt in Rot den zeitlichen Verlauf des Landeszuschusses zum Grundbetrieb der Universität. Ein leichter Anstieg, ich hatte es erklärt, das sind die Tariferhöhungen der Personalkosten der Universität und dann in Blau die Drittmittel, die kompetitiv von allen Kolleginnen und Kollegen an der Universität eingeworben werden. Und nur deswegen funktioniert die Universität noch so gut, weil wir, und das sieht man dann auf der nächsten Folie, sehr viele zeitlich befristete wissenschaftliche Mitarbeiter haben, die alle ihren Beitrag leisten zur Grundlehre an der Universität. In Rot die Zahl der wissenschaftlichen Mitarbeiter seit Beginn des Solidarpakts. Man sieht, es hat abgenommen, wir mussten auch Stellen abgeben im Rahmen des Solidarpakts. Und in Blau, das sind die, die wir sozusagen Kraft der guten Forschung, die hier gemacht wird und dann der entsprechenden guten Forschungsanträge, die eingereicht werden an Mitarbeitern, die wir dann zusätzlich in Konstanz haben. Und deswegen finde ich auch die Diskussion, die im Land ist, es gibt nur noch prekäre Arbeitsverhältnisse für den wissenschaftlichen Mittelbau. Grundsätzlich beim ersten Blick kann man dem folgen, ja, es gibt unglaublich viel befristete Arbeitsverträge im wissenschaftlichen Mittelbau. Das liegt natürlich daran, dass wir sehr viele wissenschaftliche Mitarbeiter haben und die haben alle Projektziele, das sind nämlich Doktoranden und Postdoktoranden, die eingestellt werden mit Qualifikationsziel oder dem Ziel, eine bestimmte Forschungsaufgabe zu erledigen. Das sind also nicht per se prekäre Arbeitsverhältnisse, sondern das ist, wenn man ehrlich in die Zahlen reinschaut, völlig logisch. Es wird nur über den Kamm geschoren. Wir hatten die Folie, vielleicht haben wir noch im Kopf, 7000 Mitarbeiter landesfinanziert und 7000 Drittmittel finanziert. In Konstanz ist das Verhältnis da noch deutlich anders. Ja, und was treibt die Kosten? Zum Beispiel die Energie- und Bewirtschaftungskosten. Diese Folie zeigt einfach mal auf, was hat sich denn im Strompreis, beim Erdgas und bei den Bewirtschaftungskosten in den letzten Jahren getan. Von 97 an, das sind die präzisen Daten der Universität Konstanz und man sieht hier, dass wir rund 5,2 Millionen Euro investieren müssen für Strom und Gas. Und ich zeige gleich weitere Zahlen, 2,7 Millionen Euro zur Gebäudebewirtschaftung. Und das sind Zahlen, die sind aber auch ganz knallhart angestiegen in den letzten Jahren bei immer gleichbleibender Finanzierung durch das Land. Und das heißt, es finden innerhalb des Etats der Universität, inklusive der Zweit- und Drittmittel, Verschiebungen statt, damit wir hier überhaupt den Laden im Winter heizen können oder beleuchten können. Das muss man zur Kenntnis nehmen, dass so es einfach nicht weitergeht. Hier, die Zahlen zeigen wir selten, aber die kann man auch im Jahresbericht der Universität finden. Zur Finanzstruktur, wir nennen das Globalaufteilung der Haushaltsmittel, das heißt der Erstmittel der Universität Konstanz zum Grundbetrieb. Ich habe hier bei den Zahlen die Personalmittel abgezogen, weil das Mittel sind, die wir hier in Konstanz überhaupt nicht in die Hand bekommen. Die Globalaufteilung, wir setzen uns im Jahr zusammen und diskutieren, wie viel Geld geht für welche Aufgaben. Und ich zeige das in der nächsten Folie. Wir brauchen da 22,8 Millionen Euro. Wir müssen dann leider seit Jahren immer mehr Eigenanteile zu Baumaßnahmen liefern. Das Finanzministerium sagt, bei Sanierungsmaßnahmen oder bei Umbauarbeiten im Rahmen von Berufungsverfahren, das könnt ihr im nächsten Doppelhaushalt machen, aber nur, wenn ein Drittel selber bezahlt. Und wenn es schlimm wird, sogar zwei Drittel. Deswegen verpflichten wir uns über viele Jahre hinweg, in der Hoffnung, dass die Overheadmittel immer gut laufen, dass auch die Umbaumaßnahmen stattfinden, die wir dringend brauchen. Gut, das zusammen, auf die Kleinigkeiten will ich gar nicht eingehen, macht runde 25 Millionen Euro, die wir brauchen, abseits unserer Forschungsprojekte, die befristet sind. Die Finanzierung läuft so aus dem Staatshaushaltsplan, also aus den Erstmitteln des Landes, ohne Personalkosten, entnehmen wir 15 Millionen, dann ist der Posten nämlich leer. Wir haben ein strukturelles Defizit von 10 Millionen Euro an der Universität seit Jahren. Und durch Haushaltsgymnastik sorgen wir immer dafür, dass das eine Null ist, weil als öffentliche Einrichtung muss sich jedes Jahr eine rote oder schwarze Null, wie man will, abliefern. Und jetzt erzähle ich im Detail, wo kommen die Mittel her. 4,7 Millionen Euro schöpfen wir aus unbesetzten Personalstellen. Es gibt Fluktuationen in den Fachbereichen, in der Verwaltung, Stellen werden nicht sofort wiederbesetzt, Berufungsverfahren dauern an und dann können wir die Personalmittel, die nicht verausgabt werden, kapitalisieren, müssen aber ein Drittel auch dem Finanzminister davon geben. 4,7 Millionen Euro im Jahr, also im letzten Jahr oder in diesem Jahr erwarten wir das, brauchen wir, um sozusagen die Deckungslücke zu füllen. Dann haben wir freie Reste aus dem Vorjahr, die ziehen wir natürlich dazu. Dann gibt es sogenannte Zweitmittel des Landes, leistungsorientierte Mittelvergabe, da kriegen wir vom Land 300.000 Euro extra. Und dann die Overheadmittel von Forschungsprojekten. Die DFG gibt 20% Overhead auf eingeworbene Forschungsmittel und der Deal an der Universität Konstanz ist, die Hälfte geben wir weiter an die Antragsteller sozusagen als Erfolgshonorar, als flexible Mittel und die andere Hälfte brauchen wir, um Forschung und Lehre, die in dem Kontext stattzufinden hat, mit auszufinanzieren. Das heißt, 4,7 Millionen Abschöpfung aus freien Stellen und runde 4 Millionen aus Overheadmitteln, die man auch eigentlich näher an den Forschungsprojekten einsetzen müsste, brauchen wir, um dieses strukturelle Defizit von knapp 10 Millionen, was wir haben, auszufinanzieren. Globale Minderausgabe, das ist ein Kunstbegriff aus dem Finanzministerium. Wir sind zwar im Solidarpakt, aber der Finanzminister kann sagen, trotzdem gibt es eine globale Minderausgabe und die ist dann irgendwo zwischen 200.000 und einer Million für die Unikonstanz, wird trotzdem abgezogen. Und Ausgleichszahlung, Deputatserhöhung Professoren, das ist ein besonderes Instrument. Vor einigen Jahren hieß es, die Professorinnen und Professoren müssen nicht acht, sondern neun Semesterwochenstunden Lehre ableisten. Das wurde im Landtag so beschlossen. Gleichzeitig wurde aber beschlossen, da jetzt ja auf acht, neun Professuren eine Professur unnötig wird, weil ja die Verbleibenden eine Stunde mehr lehren müssen, ziehen wir das Geld für die Professuren ein, weil die Universität die ja so schnell nicht abbauen kann. Und daher, früher war das mehr, jetzt sind es 67.000, die dann immer noch abgezogen wird, weil wir halt die Professuren nicht entsprechend reduzieren, folgend der Semesterwochenstunden Erhöhung. Das ist schon ein starkes Stück. Hier möchte ich einfach zeigen, wie wir die Mittel verteilen. Ich konzentriere mich jetzt nur auf die wirklich relevanten Posten. Summe der Einzeltitel, wo kommen die Bedürfnisse nach 22 Millionen Euro Finanzierung denn her. Querschnittsaufgaben, eine halbe Million, das ist die gesamte Verwaltung. Die brauchen natürlich auch Sachmittel, um die Arbeit zu tun, unter anderem die Verwaltung, auch die Werkstätten und so weiter. Gebäudebewirtschaftung, einfach damit die Gebäude das tun, was sie sollen. 2,7 Millionen Euro. Energiebewirtschaftung 5,1, 5,2 Millionen Euro. Informationstechnik, das fängt an beim Telefon und geht bis zum Rechenzentrum, die nächsten beiden Posten, eine Million. Forschung und Lehre, also dafür, wofür wir eigentlich hier sind. Forschung und Lehre kann nur 9 Millionen Euro sozusagen vom eigentlichen Etat nutzen. Für den Gesamtbetrieb Forschung und Lehre, die Mittel, die die Fachbereiche bekommen, von Berufungsmitteln, Mittel, die wir direkt in den Labors brauchen und so weiter. 9 Millionen Euro ist genauso groß wie unser strukturelles Defizit. Das heißt, eigentlich könnten wir die Forschung und Lehre wegtun, dann würden wir wieder ausfinanziert sein. Bibliothek 3,5 Millionen Euro, auch signifikant, auch wenn wir erst nächstes Jahr unsere Bibliothek wieder eröffnen dürfen. Und was uns auch immer Pi sagt, natürlich Brandschutzbestimmungen, findet man dann Durchführung von Sicherheits- und Umweltgesetzen, unter anderem Brandschutz natürlich 350.000. Ich möchte an diesen Posten Ihnen illustrieren, da kann man auch nicht viel dran drehen. Also das sind Dinge, die entstehen einfach, die lese ich am Stromzähler ab oder an der Gasuhr ab. Wir brauchen diese unten bilanzierten 22, 23 Millionen und wir haben vom Landesetat einfach nur 15 da und wir führen Gymnastik aus, finanzielle Gymnastik, um den Betrieb einfach gut am Laufen zu halten. Und das funktioniert nach wie vor gut, weil wir doch an der Universität Konstanz wirklich sehr, sehr solidarisch miteinander umgehen. Die Studierenden, die wissenschaftlichen Mitarbeiter, die Kolleginnen und Kollegen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung, wir wissen das alle, zumindest ab heute wenigstens, ganz genau. Wir wissen das und trotzdem fühlen wir uns irgendwie dem Auftrag verpflichtet, Forschung und Lehre muss hier auf allerbestem Niveau funktionieren. Und deswegen auch der Tag heute, um das einfach richtig klar darzustellen, wie hier die Situation ist. Und wenn wir im Solidarpakt 2015 bis 2020 nicht sozusagen befähigt werden, unsere Grundaufträge zu erfüllen, dann müssen wir einfach gemeinsam diskutieren, was wollen wir dann abgeben, was können wir uns nicht mehr leisten. Weil entweder bleibt alles so ein bisschen auf der Strecke, indem wir alles proportional weiter kürzen, oder man müsste entscheiden, das, das und das wollen wir an der Universität Konstanz. Und genau die Diskussion ist bei den anderen Landesuniversitäten auch, wer kann was noch leisten. Ich will das nicht überdramatisch darstellen, sondern das muss eine ganz nüchterne Diskussion sein. Und ich möchte abschließen mit unseren acht Kernforderungen für die Landesuniversitäten im neuen Solidarpakt. Da wir seit 1997, 1998 einen eingefrorenen Haushalt haben, fordern wir einmalig drei Prozent mehr Grundfinanzierung, damit wir die vielen ausgelassenen Investitionen, in welcher Art auch immer, tätigen können. Wir wollen dann jährlich, wie zum Beispiel auch Max Planck und Helmholtz über Bundesmittel, jährlich dem Inflationsausgleich folgt, einen Inflationsausgleich und ein Prozent auf die Sachausgaben mehr haben, damit wir wenigstens jedes Jahr das Gleiche anbieten können. Wir wollen die tatsächlichen Personalkosten auch ausfinanziert haben. Ich denke daran, das Ausbauprogramm Master 2016, wo wir dann einen Geldbetrag bekommen haben pro zusätzlichen Masterstudienplatz, den wir einrichten. Aber wenn man dann eine Professur besetzen möchte, hieß es plötzlich, ihr müsst aber auch noch die Zusatzkosten, das heißt Altersversorgung, Versorgungslasten übernehmen, was bei einer Beamtenstelle nochmal 30 Prozent von dem ist, was eigentlich das Gehalt beträgt. Das wollen wir in solchen Programmen auch wirklich ausfinanziert haben. Wir wollen eine Deckung und Ausgleich vom Defizit haben bei den Energie- und Betriebskosten. Hier sehe ich eine große Ungerechtigkeit in den Fachhochschulen und pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg, die bezahlen den Energiepreis gar nicht, sondern die Rechnung wird direkt vom Finanzministerium überwiesen. Nur die Universitäten müssen die Energiekosten selbst bestreiten. Das heißt, die FHs und die pädagogischen Hochschulen, die duale Hochschule, die interessiert sich gar nicht für Energiekosten, nur die Universitäten werden damit gepiesackt. Ich finde es gut, wenn dieser Posten an den Universitäten verortet ist, weil man dann auch die Motivation sieht, mit Energie sorgsam umzugehen und wo immer nachhaltige Maßnahmen, ressourcenschonende Maßnahmen, bei Bau und Renovierung mitzudenken. Das ist wichtig und das tut man nur, wenn man sozusagen auch entsprechend die Schmerzen spüren würde. 52 Millionen fehlen den Landesuniversitäten für Energie und Bewirtschaftung, die wir, wie ich es eben zeigte, mit Finanzgymnastik aus anderen Mitteln rauspressen müssen. Wir fordern die ganzen Sonderprogramme, Ausbau 2012, 2016, Qualitätssicherungsmittel und was alles da ist, das soll doch bitte in den Grundetat der Universitäten übertragen werden, damit wir dann auf der Basis der Sicherheit auch vernünftige Beschäftigungsverhältnisse eingehen können und Daueraufgaben damit bestreiten können. Dann, es besteht zwar im Moment kein Anlass zur Sorge, aber wir wollen dann die Landeszusage zur Exzellenzinitiative. Das Land sagte, alle erfolgreichen Projekte können nach 2017 die 25 Prozent Landesanteil der Exzellenzprojekte für Profilbildung und Ausbau dieser Bereiche behalten. Da steckt noch natürlich dazwischen ein positives Votum bei einer Zwischenbegutachtung, aber dem muss man sich sowieso stellen. Siebtens, Auflösung des Sanierungsstaus im Hochschulbau. Also gehen wir einfach zum M-Gebäude, die Biologie. Da gibt es seit zehn Jahren sozusagen Kernsanierung. Der sogenannte erste Bauabschnitt, der ist erfolgt, aber ein Großteil des Gebäudes ist noch nicht saniert und da hangeln wir uns seit Jahren durch. Kriegen wir es in den Doppelhaushalt rein oder ist es dann im nächsten Doppelhaushalt? Es ist so eine Verzögerung in den wirklich nötigen Sanierungsmaßnahmen. Selbst die Bibliothek sollte innen richtig nett hergerichtet werden, kernsaniert werden, aber das Bibliotheksdach ist der Innenhof. Deswegen ist da eine Baustelle und das Finanzministerium wollte uns doch wirklich weismachen, erst die Bibliothek zu sanieren und wenn das fertig ist, das Dach, was leck ist, zu sanieren. Und das ist manchmal bar jeder Vernunft und hier gerade die Neugründungen, die 40, 45, 50 Jahre alten Stahlbeton und Flachdächer haben, wissen, wovon sie sprechen, wenn sie über Auflösung des Sanierungsstaus sprechen. Und wir erwarten, ich hatte am Anfang, und das ist jetzt meine allerletzte Folie und der letzte Satz, die Landesuniversitäten haben 1,05 Milliarden Drittmittel im letzten Jahr eingeworben. Das ist ein unglaublicher Erfolg und wir fordern sozusagen 5% zusätzlichen Overheads, so den 20% vom Bund, damit wir das Ganze auch wirklich dann ausfinanziert bekommen. Das kann gerne das Land dem Bund zur Verfügung stellen, dass die Programmpauschale auf 25% erhöht wird oder uns geben, das halten wir für sehr angemessen. Und die Reaktionen in der Presse, gestern gab es wieder von der Regierungspresseseite eine Mitteilung, ich lese vor, es wirkt langsam, die Studierenden, Anfängerzahlen in Baden-Württemberg, werden in den nächsten Jahren deutlich höher sein als bisher vorhergesagt. Das bestätigt die Landesregierung darin, dass die Grundfinanzierung der Hochschulen im Land substanziell verbessert werden muss. Also jetzt sagen es zum ersten Mal seit wenigen Tagen Finanzministerium, Wissenschaftsministerium und auch der Ministerpräsident, dass es so nicht weitergeht. Und das ist Ziel des Tages und das fordern wir jetzt so lange, bis wir einen anständigen Solidarpakt bis 2020 haben. Und ich möchte mich jetzt zum Abschluss nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich diese Zahlen und die Situation sehr genau anhören. Und ich bin dankbar, wenn Sie heute Morgen in den nächsten Wochen und Monaten, wo immer Sie mit Politikern und Repräsentanten von Baden-Württemberg oder vom Bund in Kontakt kommen, dass Sie das auch einfordern, dass hier wirklich ein Defizit herrscht. Und ich bin da ganz optimistisch, dass unsere Aktivitäten jetzt das Ganze in die richtige Richtung auch stupsen. Ganz herzlichen Dank und ich möchte jetzt an Herrn Filippi übergeben, der den Blickwinkel der Studierendenschaft jetzt auf Solidarpakt und Hochschulfinanzierung dann nochmal richten wird. Ganz herzlichen Dank und ich bin überzeugt, dass die Geschichte für uns gut ausgeht, aber der heutige Tag und unsere lauten Stimmen in den nächsten Tagen und Wochen sind wirklich sehr, sehr nötig. Ganz herzlichen Dank. Applaus